Neue Achievements, neue Map, Tefuhl heute am Start. Wir machen es erst und zwar an den Raketen festhalten. Wir hätten uns einmal hier an der Seite fest, nicht so ins Wasser fallen. Linke Maustaste einfach gedrückt halten und ihr müsst an jeder Rakete mindestens eine Sekunde grabben und dann loslassen. Und dann natürlich versuchen wieder hochzukommen, ganz wichtig. Das war die erste Rakete. Jede Rakete einmal in einer Runde auf jeden Fall, super, super wichtig. Dann einfach rantschen am Rand, die linke Maustaste gedrückt halten und dann grabbt ihr automatisch. Los, los, los. Perfekt, haben wir. Oh, schön genockt. So, jetzt kommt die letzte Rakete und dann haben wir es. Okay, dann hier wieder festhalten, am Rand hinstellen und dann habt ihr das Achievement, sobald die Runde berlin, das ist meine Freude, super simpel. Und das schafft ihr auch einen normalen Quick-Match. Let's go. Und das war es. Dreimal festgehalten. Easy peasy. Achievement completed. Okay, Leute, nächstes Achievement, wenn dieses Ding ja aufgeht, diese Rakete rausgeflogen ist, dann müsst ihr jemanden da reintragen oder knockouten, total egal. Leute, wenn die Rakete raus ist, dann müsst ihr jemanden knockout, jemanden reinwerfen. So, Traume kommt jetzt her. Könnt ihr auch ein Quick-Match. Ich hau den um und werf ihn da rein und dann, und dann ist er tot. Und wenn er tot ist, gestorben in diesem Ding, dann habt ihr das Achievement geschafft und dann habt ihr schon zwei von vier. Das heißt, wir machen das dritte und es fehlt jetzt in der nächsten Runde. Also, bis gleich. Leute, nächstes Achievement, Optiment Typhoon, ihr dürft nicht ins Wasser fallen, müsst die Runde gewinnen, das ist ganz wichtig. Das heißt, versucht euch einfach von den Kämpfen wegzuhalten. Den Campen bis in oben, macht ein Teamplay. Wenn ihr das überleben wollt, am besten tut ihr mit irgendwie knockouten oder sowas, so wie ich jetzt hier nicht trau will. So, dann nimmt er den, werft ihr am besten in die Turbine rein und dann ist der Instant tot und das war's. Guck mal, da ist der Eingesowung und dann ist er tot. Easy peasy. Das war es schief mit drei von vier. Also, überleben, Leute, nicht ins Wasser berühren, das ist ganz wichtig. Und natürlich noch fünf Wins, auch wieder Map, das habe ich vergessen. Einfach fünfmal gewinnen und dann habt ihr es auch geschafft. Leute, zusammengefasst an jeder Rakete, jeweils eine Sekunde einmal dran festhalten, super wichtig. Und versuchen natürlich, zwischendurch zu sterben. Dann natürlich versuchen, nicht ins Wasser zu fallen und eine Runde zu gewinnen. Dann, Leute, einen Möchtigen-Gegner einfach in die Luke werfen, wenn die Rakete rausgefunden ist. Dann habt ihr auch Achievement und natürlich fünfmal gewinnen. Und dann habt ihr alle Achievements auf der Map Typhoon, meine Freunde. Das war's auch schon hier. Viel Spaß mit, viel Glück dabei. Vergesst euch ein Abo da hinzulassen. Meine ganze Achievement-Playliste findet ihr oben rechts verlinkt. Und bis nächstes Mal auch da rein. Tschö.